Dafür, dass Tommy sich nicht vom Turm wechselt, ich fahre dir ihn zu einem Duell heraus. Nein! Tommy, komm her, du Sack, ich werde dich töten. Ah. Verrunt, Tommy! Na los, schubst Tommy vom Turm runter, worauf wartest du? Tommy ist ein fucking Engineer. Ja, schubst ihn vom Turm. Tu es endlich. Nein. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Du es. Dann, wenn du nicht aufpasst. Weil, wenn du nicht aufpasst, dann boop, boop, und dann fick. Ah, Tommy. Ich habe Tommy erwischt. Und Vita wix. Weet, Weet habix. Oder so. Genau. Ich bin schon geschrieben. Alle so nötig. So, warum redest du nicht mehr, Patrick? Ich bin auch konzentriert, I'm sorry. Du bist ein Engineer, warum bist du auch konzentriert? Um dir in den Arsch zu treten, deswegen. Ah, Tommy. Das wäre leid. Oh, 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 oh. Oh, ich hab's gekillt. Nein, Scheiße, du hast mich gekillt. Ja, ich bin ja nicht mehr da oben gewesen. Ja, trotzdem. Der Sentry Gun hat mich gekillt. Tommy. Das bammte Sentry Gun. Ja, ne? Geht halt voll auf den Sack, das Ding. Alter, jetzt seid ihr im Arsch, ey. Jetzt kommen wir mit zwei Heavys hier hoch. Äh, Heavys. Soldiers. Woah. Wenigst hab ich One Leg Steven erledigt. Wenigstens das. One Leg Steven, dieser dumme Spy, ist gescheitert. Das alles nur dank mir, dank Chuck Boris. Chuck Boris, Chuck Boring meinst du wohl. Ich will mit meinem tollen Namen angesprochen werden. Also mit meinem richtigen Namen und mit meinem vollen Namen. One Leg Steven. Da heißt einer I kill people. Das ist so ein scheiß Name. Ich meine, wie kann man das nur nennen? I kill people with guns. Guns don't kill people. People kill people with guns. Heavys Wenigstens hab ich ihn vorher noch erledigt. Glocke von Zinclair! Ich soll oft konzentriert sein müssen. Lass mich! Bist du Sniper oder was? Nein. Ich bin immer noch Angenieur. Der Bruder von Angela Merkel. Wo muss man da bitte konzentriert sein? Um jenen Arsch zu treten! Oh! Alter! Ich bin voll in die Luft geschleidert worden. Oh! Nein! Meines Antrieb! Ja! Nein, Schatz! Sie wurde leicht verwundet. Von so einem Volk forsten Leuten, die dein Team... Dein Dimpel stellt nur aus Volk forsten! Wo ist I kill people? I kill people killed people! Oh! People... Äh, Kiepel... People killed people with guns! Ich find das große Damesch, eh! Waffen töten keine Leute. Nöööööö! Leute töten Leute mit Waffen, ja! ganz so und kürzt wie vor heidel allerdings habe ich ordentlich Prozent Kirst bekommen aber das ist so eine Map weißt du sie geht einfach unendlich lang das stört mich immer so ein bisschen nur noch müssen wenn wir bald schlussmann oder er hat gleich noch beschlossen sagen wir nach dem ich noch sagt es sind die Minuten eben noch vier Minuten oa das schießt es erblich ich werde er ich habe passt Ah, ich habe I Kill People getötet. Geil. Ah, und Wanderxed Beaten. Riot Maker kann mir auch nicht mal den Erfolg... So ein selbstsüchtiger... Gibt's gar nicht. Oh, du armer, armer Damen. Ich will das. Aaaaaahhhhhh. Wie viel das? Oberon unseres Kontrollpumps. Pizarro ist Team Blau gejoint. Hi. 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 Sind wir diese unnötigen Typen? Die einfach reinkommen und heistet... die einfach keine Ahnung von solchen Spielen haben. Es interessiert keinen, was sie da schreiben. Hi! Warte kurz. Die gehen hier rein mit der Annahme und es wäre ein Chat, aber es ist kein... Riot Maker! Aber es ist kein Chat. Es ist ein verdammtes Spiel. Okay, warte mal kurz. Hi. Ja, das ist unterschreiben, ne Leute, die keine Ahnung von anderen Farben. Ich bin ein Licht, ich bin ein bisschen. Ich dominiere ein Licht. Ich bin ja so ein Typ, ich habe keine Ahnung von ihm, weil ich high geschrieben habe. Das würdest du rechen. Ich habe... Ja, nein. Ich hab mir gerecht. Wenigst hab ich mich an right, make it gerecht, man. Bioboaster-Sternchen, Sternchen, Sternchen. Was er damit wohl ausdrücken soll. No! schreibt schreiben und weil dieses spiel so nett ist so nett spieler jetzt jetzt über das beste spieler co dem oder wochen nimmt jetzt am spiel genau das meine ich mein warum kann man das fassen kann man das nachvollziehen nein weil wir geliebt und verteidigt ich bin ein bisschen geizt kapieren auf sich über eine denkweise zu machen das ist sehr ernst und dann ließ ich bin total dauernde von dem Haus Pauli Mostert die Medikamente eine Beleidung also wird sie hat keinen ob der Medik braucht warum fragt er dann nach der Berge mehr es wird kein Medikor aber jetzt im Spiel nach dem Medikor der Beweis stellt es wird kein Medikor als er noch unnötig ist Medik kommt, wenn Medik Lust hat, Medik kommt nur dann, wenn Medik gebraucht wird. Ich weiß, Stepping my Ping! Nein! Äh, die Zeit ist zwar vorbei, aber irgendwie... Ich weiß es bis jetzt immer wieder. Ah, toll! Wo ist noch meine Sentry bauen? Die have destroyed my Santi! Ich wäre ein echter Gangster! Meine Mutter hat mir ist Weißbrot beleidigt. Ich habe Bioboost getötet und Bioboost hat mich verbrannt. Oh, jetzt bist du noch Arzt! Du bist dupig! Ja, jemals hat sich an meinem Dispenser geheilt. Ach so, deswegen. Äh, Chief for informing! Ja, du hast voll viele Chiefs gerade eben bekommen, ist mir immer so aufgefallen. Boah! 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 Jetzt ist die Achterbahn! Jetzt habe ich noch! Jetzt wird zurückgeschossen! Jetzt ist das! Da oben ist Kontrollpunkt! Das ist nett, lustig! Das ist ein typischer Deutscher, du! Der Deutsche bringt mir auch ins Grab. Oh, ho, ho! Oh, ho ho! Ach, tönig! uns, äh, uns, uns, aus der Unterdrückung zerfischeln oder so. Ach, keine Ahnung. Äh, ich werde ihn einfach derbefertigt machen. Das hat Gritko umschau's Gesicht. Daniel? Ja? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Was? Gute Nachricht ist es, ich bin ein Sniper, die schlecht ist. Du bist jetzt leiden. Okay, darüber komme ich hinweg, darüber komme ich hinweg. Drei, zwei, eins. Okay, auf geht's. Wow, Patzer, turn down. Muss Patzer, oh. Nein, nicht I kill people. Und Bio-Boost dominiert mich jetzt auch noch. Na, na, na. Das kommt ihr einfach mal so typisch deutsch rüber. So typisch trocken. Wo ist der Arsch, du? Ja, ich hab mich gerächt. Am Bio-Boost. Ja, ich hab Dummy und ich gespielt. So, wo bist du? Bist du oben auf dem Turm drauf, oder was? Stehst du auf dem Turm? Hm? Hm, 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 hm? Pazze, 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 Pazze. Das bist du doch, oder? Was, du das? Pazze. Ja, was ist? Was, du das? Stehst du auf dem Turm, oder unten? Ich steh auf dem Turm. Ah. Dammit. Aber guck mal auf die Zeit. Äh, ich weiß nicht, ich hab keine Stoppe hier. Also, äh... Ja, gut. Also noch, bis ich noch einmal gekillt wurde, dass ich nicht mehr lange dauern kann. Oh, okay, One-Nex-Deven hat den letzten Schuss gemacht. Gut, hast du noch ein paar letzte Worte? Du konntest dich nicht an mir rechnen, du bist scheiße. Nein! Okay, weg. Äh, ja. Gut. Also, dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir verabschieden uns mit diesem komischen Clan-Logo hier, oder worum man das wird darstellen soll. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye. Let's play together a team Fortress 2.